Hi, ich bin Philipp. Ich bin Geotechnik-Ingenieur bei Amberg Engineering und für den Beruf des Ingenieurs habe ich mich entschieden, weil im Ingenieurwesen Naturwissenschaft und Technik aufeinandertreffen und so eine unglaubliche Partie an Möglichkeiten mit wiederum ganz vielen verschiedenen Richtungen entsteht. Für die Geotechnik selbst habe ich mich dann wiederum aus der Leidenschaft zur Geologie entschieden. In der Geotechnik, die vereint einfach die wissenschaftlichen Disziplinen mit der Geologie und dadurch entsteht ein Feld, in dem etwas so Grundlegendes wie Gesteine und modernste Technik aufeinandertreffen. Und daraus entsteht dann zum Beispiel sowas wie Infrastrukturbauwerke, Tunnel oder Schutzbauwerke von Naturgefahren, die das Leben der Menschen einerseits vereinfachen, langfristig Ressourcen sparen lassen und uns neue Möglichkeiten erschließen und vor allem das Leben sicherer macht. Und damit finde ich einen ganz besonderen Beitrag für unsere gesellschaftliches heutiges Leben leistet. Und deswegen habe ich mich für den Beruf des Geotechnik entschieden. Von Beginn an konnte ich bei Amberg Engineering viele Grundkenntnisse aus meinem Geotechnikstudium direkt anwenden. Ich konnte mich stellen, abwechslungsreich Projekte einarbeiten und Teil eines großen Teams werden. Von der Projektplanung über Fels- oder bodenmechanische Berechnung und viele Aufgaben, die ein allgemeines Verständnis für die Baugeologie voraussetzen, habe ich bei Amberg Engineering die Chance bekommen, innerhalb eines wirklich spannenden Forschungsprojektes mit besonderen Partnern über die Aufbereitung und Wiederverwendung von Tunnelausbruchsmaterial mitzuwirken und auch hier einen wichtigen Beitrag für zukunftsfähiges Ressourcenentwicklung des Bauen zu leisten. Was ich dafür vor allem brauche, ist eine gute Selbstorganisation und ein grundlegendes Verständnis für Geologie und alle Tätigkeiten im Bauingenieurwesen. Ressourcen Ressourcen Ressourcen